Die deutsche Golf Liga soll Schwung in die nationale Wettkampfszene bringen. Diesen Schwung, da bin ich fest von überzeugt, wer wir hinkriegen. Wir wollen unsere Vereine dazu bringen, dass sie sich dort engagieren und mit ihren Spielern in einem fairen Wettstreit dann über eine ganze Saison sich immer wieder messen. Man weiß, man hat so ein großes Team und das heißt nicht nur die Teams selber, sondern der komplette Klub steht hinter allem. Es ist einfach ein Riesenturnier, es macht riesig Spaß. Dieses Gefühl einfach dafür, die Mannschaft zu spielen und zusammenzuarbeiten und dass sich das eben auszahlen kann. Das ist einfach der Wahnsinn. Wir feiern jetzt einfach nur den ganzen Abend und freuen uns riesig. Das ist so eine Wahnsinns-Emotion, Wahnsinns-Stimmung. Wir haben alles, wir haben alles. Wir dürfen träumen. Wir möchten gerne auf den Liga-Zug aufspringen. Das ist positiv besetzt. Liga bedeutet Mannschaft, Liga bedeutet Team, Liga bedeutet Emotionen. Liga bedeutet gemeinsam verlieren, aber vor allem auch gemeinsam siegen. Es ist ein Riesenpotenzial da drin, auch für die jüngeren Spieler sich hochzuarbeiten, in die Mannschaften reinzuspielen und dadurch besser zu werden. Jetzt spielen andere Faktoren irgendwie eine große Rolle. Zum Beispiel wie groß ein Team ist, was man hinten dran noch für Spieler hat, wie hart arbeiten. Montags kann man in die Zeitung schauen und sieht dann sein Verein, seine Stadt liegt vorne. Oh, noch drei Spieltage, dann rechne ich mir ja mal aus. Ja, das könnte noch klappen. Wir packen sie. Maquis Ettlich repay